Hallo Leute, mein Name ist Sammer und das ist meine Geschichte. Ich bin zwölf Jahre alt und gehe auf eine Elitschule. An diese Schule gehen sonst nur die Reichen und Berühmten hin. Aber ich habe ein Stipendium bekommen und darf auch in diese Schule gehen, obwohl wir selber nicht viel Geld haben. Durch das, dass ich nicht so berühmt bin wie meine Mitschüler, bin ich in dieser Schule eigentlich ziemlich unsichtbar. Aber das gefällt mir auch, denn ich konzentriere mich lieber auf die Schule. Und das ging einige Zeit so, doch eines Tages hat sich das geändert. In unserer Schule gehen die drei bekanntesten und reichsten Leute unserer Stadt. Das ist Alberto, das ist der drittreichste der Schule. Deinem Vater gehören alle Aldi-Filialen in Deutschland. Als nächster ist Joshua, er ist der zweitreichste der Schule und ein Superstar. Alle lieben ihn, weil er so schön ist. Und seinem Vater gehört Netflix. Und der reichste und wohl bekannteste Junge ist Benjamin. Jedes Mädchen mag ihn und jedes Mädchen versucht mit ihm zusammen zu sein. Aber er ist anscheinend sehr wählerisch. Und er ist so reich, weil seine Eltern die Erfinder der Kebabse sind. Und die Dörrums haben sie auch erfunden. Und nun könnt ihr euch vorstellen, diese drei Jungs gehen in meine Schule und natürlich spielen alle Mädchen verrückt, wenn sie sie sehen. Hey Mädels, alles klar bei euch? Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Joshua hat mit mir geredet. Nein, das stimmt nicht. Er hat mit mir geredet. Er hat mich sogar angeschaut. Benjamin, du bist mein Liebling. Magst du bitte mit mir, keine Ahnung, ins Kino gehen? Ein anderes Mal. Also Jungs, lasst uns zum Unterricht gehen. Ja, gute Idee. Gehen wir. Habt ihr gesehen? Das war Benjamin. Ich kann's nicht glauben. Ich war im selben Raum wie Alberto. Habt ihr Joshua gesehen? Seine Haare strahlen so sehr wie die Sonne. Das stimmt, seine Haare strahlen so hell. Ich glaube, ich bin blind. Ich wünschte, ich könnte mit ihnen in einer Klasse sein. Hey, schau mal, da ist sie schon. Oh Mann, die drei bekannten Superstars. Sie reden wahrscheinlich über mich. Oh hey, ich glaub, du musst Summer sein oder echt cooler Name. Mein Name ist Benjamin, aber du kannst mich gerne Ben nennen. Ähm, hallo Ben. Aber woher kennst du meinen Namen? Naja, ich kenne deinen Namen schon seit längerem. Noch hab ich mich einfach nicht getraut, dich anzusprechen. Ähm, nein, 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 nein. Ich kenne dich schon viel länger vor Ben. Summer, du musst mir glauben, ich kenne dich schon, ich kenne dich schon, bevor du überhaupt geboren wurdest, Summer. Wir sind seelenverwandt. Hey, Summer, bitte ignoriere diese zwei. Du solltest nur Augen für mich haben, denn ich habe nur Augen für dich. Was? Warum reden Benjamin, Alberto und Joshua mit dieser Summer? Wer ist das? Und wieso reden sie nicht mit mir? Sie sollen gefälligst mit mir reden. Danke, Jungs. Und schön, euch kennenzulernen. Aber, ähm, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Nein, ich würde gern mein Buch fertig lesen. Denn wir haben bald eine Deutschklausur und ich muss dafür noch ein bisschen was lernen. Lernen? Für was lernst du überhaupt? Du bist so wunderschön, du musst doch nicht lernen. Ich wünschte, Joshua würde mit mir reden. Ach, ich liebe Joshua. Naja, es gibt halt Leute hier in der Schule, die haben nicht nur Stroh im Kopf, so wie ihr drei. Und jetzt würde ich bitte gerne mein Buch weiterlesen. Was? Eine Abfuhr von einem Mädchen? Das gibt es doch nicht. Weiß sie überhaupt, wie reich unsere Eltern sind? Oh Mann, ich mag sie jetzt schon. Also der Spruch war einfach zu gut. Was? Mein Ben lacht über ihren Witz? Das kann nicht sein. Endlich fängt der Deutschunterricht an. Ich liebe es zu rechnen. Oh nein, diese drei Billionäre sitzen wieder neben mir. Ach, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich möchte einfach nur lernen. Summer, was machst du hier? Wer spielt denn in den Himmel die Harfe, wenn du hier bist? Boah, Summer, sind deine Eltern Terroristen? Denn du bist einfach eine Bombe. Boah. Oh, Summer, hey, cool, dass du auch schon hier bist. Hast du gut geschlafen? Ich hab dir einen Kaffee mitgebracht, falls du willst natürlich. Oh Mann, diese drei Typen mit ihren schlechten Anmachsprüchen. Mein Ben hat ihr einen Kaffee mitgebracht und mir nicht? Und sie nimmt ihn nicht mal? Was sieht er nur an ihr? Und so geht das die ganze Zeit. Die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Aber ich weiß schon ganz genau, was ich machen muss, um einer nach dem anderen loszuwerden. Wir haben jetzt die große Pause. Jetzt habe ich endlich Zeit, mein Lieblingsbuch weiterzulesen. Harald Botter und das Schwein der Weisen. Ach, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich kann es kaum erwarten, den zweiten Teil zu lesen, der bald rauskommt. Harald Botter und die Kacker des Schreckens. Boah, heilige Bimba, was habe ich in den Augen? Ist es Zucker oder bist es du, Summer, weil du so süß bist? Hm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ich bin, sondern ich glaube, du hast eine Bindehautentzündung. Du solltest lieber mal zum Arzt gehen und das kontrollieren lassen. Oh meine Summer, es ist so süß, wie sehr du dich um mich sorgst. Bitte geh mit mir auf ein Date, das würde mir so viel bedeuten. Ach, jetzt geht mein Plan auf. Ja, natürlich gehe ich mit dir auf ein Date, das würde mich sehr freuen. Wir treffen sich einfach nach der Schule, okay? Oh mein Gott, was? Wirklich? Ich kann es kaum glauben, du machst mich zum glücklichsten Jungen der Welt, Summer. Ja, das wird wirklich ein unvergessbares Date für dich. Ich freue mich schon so, Summer. Bis später. Diese Summer, nicht nur, dass sie mit Ben ihren Gefühlen spielt, jetzt spielt sie auch noch mit Joshua seinen Gefühlen. Ich kann nicht in einem Raum mit dir sein. Ach, du ekelst mich an. Ich habe schon den perfekten Plan, was ich mit ihm machen werde. Denn ich habe im Internet gelesen, Joshua hat Höhenangst. Das wird ein Date, das wird er garantiert nicht vergessen. Oh, hallo Joshua. Bist du bereit für das Date deines Lebens? Boah, boah, Summer, bist du das? Ich habe dich kaum wiedererkannt. Du bist ja wunderschön ohne deine Brille. Nein, nein, du warst wunderschön auch davor. Oh, komm, bitte setz dich hin. Deine Beine müssen ja schon müde sein. Oh, Joshua, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich habe so einen Hunger. Magst du mir nicht irgendwas zum Essen holen? Ich habe Lust auf Fisch. Ja, aber natürlich. Für meine Prinzessin mache ich alles. Wenn du Fisch haben willst, dann bekommt meine Prinzessin Fisch. Bin gleich wieder da. Und hier bin ich schon wieder. Hier einmal Fisch. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich habe mich extra beeilt, dass es noch heiß bleibt. Oh, warte mal. Du hast mir einen Fisch gebracht. Ich mag gar keinen Fisch. Magst du mir bitte was anderes bringen? Aber du hast doch gesagt, dass du gerne Fisch hättest. Ach, egal. Ich bring dir einfach, was du willst. Ach, das wird ein Spaß. Nach diesem Date wird er sicher nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Und hier bin ich schon wieder. Ich hoffe, du magst Spaghetti Bolognese. Kommt sogar frisch vom Italiener nebenan. Oh Mann, Italienisch mag ich auch nicht. Magst du mir bitte was anderes zum Essen bringen? Oh, wie oft muss ich dir sonst noch Essen holen? Nie bist du zufrieden. Was hättest du denn gerne zum Essen? Warum bist du so gemein zu mir? Ich wollte doch nur was zum Essen haben, weil ich so Hunger habe. Oh, Summer, meine Prinzessin. Ich wollte nicht gemein zu dir sein. Weißt du was? Ich bringe dir Essen, bis du zufrieden bist. Ich habe ihn so lange Essen holen lassen, bis er angefangen hat zu schwitzen. Hier bin ich schon wieder, Summer. Ich hoffe, du magst Pizza. Oh Mann, du hast so lange gebraucht. Ich habe jetzt so einen Durst. Ich bin halber am Verdursten. Magst du mir bitte etwas bringen? Ja, aber natürlich. Entschuldigung, dass ich dich so lange warten gelassen habe. Ich bringe dir dein Getränk sofort. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin so müde. Summer, hier ist dein Getränk. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das ist so lieb von dir. Danke. Das war lecker. Aber ich bin jetzt so voll nach dem Spezi, dass ich nichts mehr essen kann. Aber es ist ja so viel Essen übrig geblieben. Ja, du hast recht. Und ich hasse Verschwendung. Vielleicht könntest du ja all das Essen essen. Boah, das ist ja so viel. Aber ja, ja, ich kann ja ein bisschen was essen. Boah, mir ist ganz schön übel jetzt nach dem Essen. Aber es ist noch so viel übrig. Bitte, ich hasse es, wenn man Essen verschwendet. Äh, ja, okay. Aber nur, weil es du bist. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Boah, boah. Boah, so scharf. Hm, war echt ein tolles Date, Summer. Aber ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Aber Joshua, wohin gehst du? Das Date hat doch gerade erst begonnen. Was, was meinst du mit gerade erst begonnen? Ich habe nämlich einen wunderschönen Tag für uns zwei geplant. Wir fahren nämlich zum Europa-Park und dort werden wir mit Achterbahnen fahren und all diesen tollen Sachen. Ach, Achterbahnen? Ähm, sollen wir nicht lieber einfach ins Kino gehen? Ach, Kino ist doch langweilig. Wieso willst du nicht zum Europa-Park? Hast du etwa Angst? Ich und Angst haben? Nein, natürlich nicht. Komm, lass uns losgehen. Ja, denn das wird ein Spaß. Komm, setz dich hin. Das ist meine Lieblingsbahn. Das sieht nach Spaß aus. Bitte machen Sie es auf 200% extra schnell. Wow, das traut sich sonst niemand. Aber wir wollen. Viel Spaß. Wow, mir ist jetzt schon übel. Vielen Dank, dass Sie in der Krossenkrabe gefahren sind. Das war ein Spaß, Joshua. Willst du noch eine Runde? Nee, nee, nee. Lass uns was anderes machen. Oh, schau mal. Das ist die Achterbahn des Todes. Das ist die schnellste Achterbahn in ganz Deutschland. Ah, die kenne ich ja schon. Müssen wir wirklich mit der nochmal fahren? Ich bin schon tausendmal mit ihr gefahren. Ah, zum Glück. Dann bist du ja schon so ein Pro. Dann brauche ich ja gar keine Angst haben, wenn du mit mir fährst. Natürlich brauchst du keine Angst haben. Ich werde dich beschützen. Ganz, ganz schnell, bitte. Wow, die müssen ja echte Pros sein. Viel Spaß. Oh, oh. Bist du bereit? Wow, ich will zu meiner Mami. Hilfe, Mami. Ja, das war mal ein Riesenspaß. Aber irgendwo hat die ganze Zeit ein kleines Mädchen nach ihrer Mami geschrien. Ja, das stimmt. Das war wirklich ein kleines Mädchen. Oh, schau mal da drüben. Boah, das ist die Hauptattraktion. Sag mal, müssen wir wirklich damit fahren? Weil mir wird langsam schlecht. Ach, komm schon, Joshua. Das ist das Letzte. Ich verspreche es. Okay, aber verspreche mir, dass es wirklich das Letzte ist. Ich verspreche es dir. Großes Toka-Toast-Ehrenwort. Hä, wo ist denn der Angestellte? Er muss doch auf den Knopf drücken. Warte, ich mach das schnell. Hey, wieso fahre ich alleine? Lass mich nicht alleine. Das muss ihm den Rest gegeben haben. Oh, Joshua, das hat so nach Spaß ausgeschaut. Hat es dir gefallen? Nee, ist ganz komisch. Irgendwie für... Oh Mann, ich glaube, ich habe es mit meinen Streichen ein bisschen übertrieben. Komm, Joshua, setz dich auf eine Bank. Ah, das war ein Riesenspaß, Joshua. Jedes Mal, wenn wir auf ein Date gehen, will ich hierher zum Europapark. Was? Noch öfters? Ähm, ja. Komm, setz dich hin. Ich bring dir schnell was zum Trinken. Hat sie gerade gesagt, sie will mit mir öfters hierher kommen? Wie sollte ich das nur überleben? Ich habe ihr Todeshöhenangst. Ich bin so erschöpft. Ich mach mal kurz meine Augen zu. Hier, Joshua, deine Kaka-Cola. Oh, er ist ja schon eingeschlafen. Na, er muss erschöpft sein. Oh, es ist schon so spät. Ich muss jetzt dann nach Hause. Gute Nacht, Joshua. Träum schön. Wow, wo bin ich? Wieso ist es so kalt? Ähm, Summer? Wo ist Summer hin? Wieso ist es überhaupt schon so dunkel? Ich habe Angst. Mir ist kalt. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Und das Schlimmste war einfach, sie hat mich alleine gelassen, mitten in der Nacht. Die Story ist ja viel zu geil, Patsch, weil du hast gekotzt und wurdest im Stich gelassen. Dein Date ist ja nicht besonders gut gelaufen. Da, da, die. Oh, da ist ja Joshua. Wenn man vom Teufel spricht, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Wieso? Warum? Hat dir etwa unser Date nicht gefallen? Ja, ihm hat es wirklich gut gefallen. Haha, er liebt Achterbahnen. Wohin bist du eigentlich verschwunden? Wo ich aufgewacht bin, war es einfach mitten in der Nacht. Naja, du hast so friedlich auf der Bank geschlafen. Ich wollte dich einfach nicht wecken. Ich hatte einfach so extreme Angst. Soll das heißen, Summer war mit Joshua auf ein Date? Wenn wir nächstes Mal beim Europapark sind, verspreche ich dir, dass ich dich aufwecken werde, nachdem du gekotzt hast, okay? Das nächste Mal? Als ob ich jemals wieder mit dir auf ein Date gehe. Oh, das tut mir aber leid. Ach, Joshua, mach dir nichts draus. Oh je, bei dir hat es ja leider nicht geklappt. Jetzt versuche ich mein Glück. Ach, die Schule ist schon aus. Ich gehe schnell nach Hause. Hey, Summer Baby, komm, ich fahre dich nach Hause. Deine Beine müssen schon müde sein. Nein, Summer, du musst mit mir mitfahren, denn du bist mein Motor. Ohne dich kommt mein Auto nicht in Fahrt. Wir sind füreinander bestimmt. Ach, Summer, hör nicht auf die zwei. Ich bring dich einfach nach Hause. Oh, gleich drei Angebote. Ähm, also ich, ich... Hallo? Ben, ist das dein Auto? Das ist ja so toll. Kann ich mitfahren? Sorry, Amina, ich hab nur Platz für Summer. Ach, ich höre immer nur Osama, Osama, Osama. Wieso mag Ben mich nicht? Du vieräugige Blindschleiche, du. Ich hab dir gesagt, dass du meinen Ben in Ruhe lassen sollst. Amina, was fällt dir überhaupt ein, über andere Menschen so schlecht zu reden? Du schaust vielleicht von außerhalb gut aus, aber von innen bist du hässlich. Aber Ben, das war nicht so gemeint. Du hast mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich hab nämlich nur gemeint... Ich will dein Ausreden nicht mehr hören. Komm, Summer, ich fahr dich nach Hause. Sorry, dass du dir sowas anhören musstest. Das war echt lieb von dir, Ben. Danke. Okay, ich fahr gerne mit dir mit. Was? Wirklich? Komm, steig ein. Wow, ich hab noch nie so ein teures Auto gesehen. Ist das ein BMW? Ein bayerischer Mistwagen? Haha, nein, fast. Es ist kein bayerischer Mistwagen. Es ist ein lila Faurori. Was, lila? Nein, das ist doch eindeutig gelb. Na gut, ich steig jetzt ein. Das ist so unfair. Ich hab sie zuerst gefragt. Und ich hab sie vor Ben sogar gefragt. Sorry, Jungs, blöd gelaufen. Vielleicht habt ihr das nächste Mal mehr Glück. Tschüss. So unfair, ich will mitfahren. Warte, du. Ben hat mich dann nach Hause gefahren. Und er war wirklich nett, dass er mich verteidigt hat vor dieser bösen Amina. Vielleicht urteile ich sogar zu früh über Ben. Naja, mal schauen. Das war so anstrengend, das ganze Lernen. Ach, eine angenehme Mittagspause. Das hab ich mir jetzt verdient. Und wieder mit Kebabse und Kaka-Cola. Hey, Summer-Schätzchen. Ich hab dir was zum Essen gebracht. Aber wo ich dich gesehen hab, wusste ich, dass nichts süßer ist wie du, meine kleine Süßkartoffel. Kann ich nicht einmal in Ruhe gelassen werden. Nur einmal möchte ich in Ruhe Mittag essen. Oh, ist irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert? Oder hast du gefurzt, meine liebe Summer, denn es riecht einfach nach Rosen. Und jetzt kommt auch noch dieser Typ. Ich möchte einfach nur meine Kebabse in Ruhe essen und meine Kaka-Cola trinken. Ist das zu viel verlangt? Oh, hey, Summer. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob neben dir noch ein Platz frei ist. Aber wie ich sehe, bist du eh in besten Händen. Oh, Ben. Du bist auch hier? Ich wollte dir nur deinen Lieblingskuchen bringen. Ein Erdbeerkuchen? Woher weißt du, dass Erdbeerkuchen mein Lieblingskuchen ist? Naja, ich weiß von Leuten, die mir wichtig sind, was sie gerne mögen. Und darum weiß ich auch, dass du gerne alleine isst. Wir sehen uns später, Summer. Das ist so aufmerksam von Ben. Den muss ich gleich mal essen. Boah, das ist köstlich. Ich hab dir auch was mitgebracht. Probier mal. Es ist ein Essiggurken-Chili-Milch-Shake. Und ich hab dir abgelaufene Milch gebracht. Oh, ich meine, ähm, Bio-Milch. Probier mal. Nein, probier mal. Nein, probier mal, bitte. Es reicht mir. Ich hab mein eigenes Essen. Ich will euer Essen nicht. Und lasst mich in Ruhe. Nicht mal für fünf Minuten kann ich in Ruhe essen. Danke für gar nichts. Es kann so nicht mehr weitergehen. Ich muss die irgendwie loswerden. Aber ich hab jetzt schon einen Plan, was ich mache, damit sie mich in Ruhe lassen und nie wieder mehr stören. Oh, ich muss nach Hause. Ich muss dringend an den Abseilen gehen. Boah, die Wurst schaut schon raus. Hey, Summer. Boah. Hey, kann jemand die Polizei rufen? Wir haben hier einen Verbrecher. Hä? Die Polizei rufen? Warum das denn? Ja, natürlich, weil deine Eltern Diebe sehen. Weil sie haben die Sterne vom Himmel gestohlen und dir in die Augen gegeben. Ich erblinde von deiner Schönheit. Oh, das ist meine perfekte Chance, Alberto auch loszuwerden. Oh, Alberto, du hast ja so ein tolles Auto. Wollen wir eine kleine Spritztour machen? Was? Wirklich? Oh, Summer. Ich dachte, du fragst mich gar nicht mehr. Ja, sicher. Ich weiß doch schon ganz genau, wo wir hinfahren werden. Los, machen wir sich auf den Weg. Wo auch immer du hin willst. Danke, Alberto, für deine tolle Spritzfahrt. Während du das Auto einpackst, gehe ich schon mal in den Park. Ah ja, hier sind die Kinder. Die brauche ich, um meinen Plan durchzuführen, damit ich Alberto für immer loswerde. Hey Kinder, wollt ihr euch ein paar Euro verdienen? Ihr müsst mir nur einen kleinen Gefallen tun und dafür bekommt ihr alle ein paar Scheine. Ja, ich will ein paar Moneten machen. Geld, Bruder, ich will auch Geld. Gib mir Geld. Ich will auch Geld. Was müssen wir machen? Oh, hier ist ein lieber Freund von mir, den ich, sagen wir mal so, eine kleine Lektion erteilen will. Und dafür brauche ich eure Bälle und eure Schläger. Hier, ihr bekommt alle schon mal einen Schein von mir. Boah, ich habe noch nie so einen großen Schein gesehen. Und wenn ihr den Auftrag ausgefüllt habt, bekommt ihr sogar noch mehr Scheine von mir. Was, wir bekommen sogar mehr? Sag uns, was wir tun sollen. Boah, ey, für noch so einen Schein würde ich meine Seele verkaufen. Okay, dann passt gut auf. Das ist mein Plan. So, mein Baby ist gepackt. Wo ist Summer? Ah, da bist du ja, meine Schnecke. Was sollen wir zwei süßen Imparte machen? Willst du etwa ein bisschen knutschen? Knutschen mit dir? Ich meine, ja, das klingt nach einem Plan, aber... Hä, was sind das für laute Geräusche? Da habe ich natürlich keine Ahnung, aber wir sollten lieber hingehen und schauen, was das ist. Das hört sich nämlich an, als ob das von deinem Auto kommen würde. Was? Von meinem Baby? Ich hoffe nicht. Hilfe! Oh mein Gott, was machen die Leute da mit meinem Baby? Jetzt bin ich dran. Ball spielen, Fußball, Fußball. Ich schieße ein Basketballtor. Oh, geht daneben. Los, spielen wir abschießen. Ich fang an. Ups. Was machen diese ungewaschenen Pobacken mit meinem Baby? Hey, magst du mitspielen? Hier. Oh, du hast es nicht gefangen. Ihr Tiere, ihr solltet eingesperrt werden. Alberto, was schreist du so rum? Oh nein, was ist nur mit deinem Auto passiert? Schau mal, was sie meinem Auto angetan haben. Komm her, du kleine Ratte. Schau, was er angerichtet hat. Hättest du jetzt das Kind geschlagen? Ganz ehrlich, ich sehe keinen Unterschied bei deinem Auto. Das hat vorher genauso ausgeschaut wie jetzt. Es ist alles deine Schuld. Du bist auf diese blöde Idee gekommen. Komm, mein Baby, wir gehen jetzt nach Hause. Ihr habt das toll gemacht, Kinder. Er ist richtig sauer auf mich. Hoffentlich lässt er mich jetzt in Ruhe. Hier, nehmt das Geld. Nehmt so viel Geld, wie ihr wollt. Alles ist für euch. Schaut mal, wie viele Scheine. Genau, ich bin kein Geld. Ich hoffe, Alberto hat seine Lektion gelernt. Und hoffentlich bin ich diesen Angeber endgültig los. Und was war das für ein Krachen zum Schluss? Und diese kleinen Pobacken haben mein Baby ruiniert. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein Vater hat mir die Hölle heiß gemacht. Ah, und dann hast du dich über mein Date lustig gemacht, obwohl deines auch viel schlimmer war. Boah, das ist einfach die lustigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. La, 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 la. Oh, guten Morgen, Leute. Wenn man vom Teufel spricht, wegen dir hat mein Vater mir einen Monat lang Hausarrest gegeben. Ja, bis zu einem gewissen Grad hast du ja selber Schuld. Was gehst du auch mit deinem teuren Auto auf einen Spielplatz? Ein Auto gehört nicht auf einen Spielplatz, sondern auf einen Parkplatz. Oh je, euer Date ist wohl alles andere als gut gelaufen. Was? Osama war mit Alberto auch auf ein Date? Letzte Woche war sie noch mit Joshua auf ein Date. Was sehen alle Jungs an ihr? So schön ist sie gar nicht. Mein armes Baby, das hast du fix mit Absicht gemacht. Was? Ich soll die Kinder engagiert haben, mit Geld bestochen haben, dass sie dein Auto kaputt machen, damit du mich in Ruhe lässt? Nein, sowas würde ich nie machen. Aber hey, schau, wenn du willst, können wir ein zweites Date haben mit einem anderen Auto von dir. Ha, als ob ich mit dir jemals noch auf ein Date gehen würde. Oh, da bin ich aber traurig. Ich wollte unbedingt auf ein zweites Date mit dir. Ich dachte, mein Date wäre schlecht gelaufen, aber im Vergleich zu deinem war mein Date eine Bombe. Vielleicht hast du mehr Glück beim nächsten Mal. Oh, warte mal, sie will ja gar nicht mehr mit dir auf ein Date gehen. Oh, ich will nicht mehr über sie reden. Komm, lasst uns gehen. Oh, nein. So schön. Oh, was ist da? Schnell weg. Oh nein, nicht dieser Typ. Willst du mir meinen Ben jetzt auch noch wegnehmen? Oh nein, die macht mir Angst. Ich will zu meiner Mami. Niemand kommt zwischen mir und meinem Ben. Nicht diese Osama und auch nicht dieser Typ. Und ich muss endlich dieser Summer ihre Lektion erteilen. So kann es nicht weitergehen. Das war ein langer Schultag. Ich freue mich schon, wenn ich zu Hause bin. Hey, Summer. Ich wollte nur fragen, ob du Bock hast, dass ich dich wieder nach Hause fahre. Oh, hallo, Ben. Nein, danke. Ich habe Beine. Ich gehe lieber zu Fuß. Das entspannt mich. Aber voll nett, dass du gefragt hast. Tschüss. Wow, Ben ist so ein Gentleman. Ja, sogar wir diesem obdachlosen Mädchen angeboten haben, sie heimzufahren. Willst du mich nicht auch nach Hause fahren, Ben, mein Liebling? Oh, sorry. Ich glaube, ich habe nicht genügend Plätze. Tschüss. Aber er hat einen Viersitzer. Wieso will mich nicht Ben nach Hause fahren? Wieso die ganze Zeit dieses Summer, Summer, Osama? Ach, gleich bin ich zu Hause. Ich hoffe, Mama macht ihre weltbekannten Dürümse. Äh, wow, was ist das für ein Auto? Ist das etwa Ben? Oh mein Gott, hat er mich verfolgt? Ist er, ist Ben ein Stalker? Oh, Summer. Ich bin so froh, dass du gut angekommen bist daheim. Ben, was machst du hier? Hast du mich etwa verfolgt? Bist du ein Stalker? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du heil nach Hause angekommen bist, weil du wohnst ja nicht gerade in der sichersten Gegend. Ach, nicht jeder kann so reich sein wie du und in einer Villa leben, wo Securities alle Eingänge 24 Stunden bewachen. Ach so nein, so ist es ja nicht gemeint. Und ich glaube, so viele Securities haben wir gar nicht. Ähm, ich glaube nur um die 20 Stück. Was? Nur 20 Stück? Boah, da bist du ein ganz schön armer Junge. Oh, ich habe schon meinen nächsten Plan. Ich weiß genau, was ich machen muss, um ihn loszuwerden. Hey Ben, magst du nicht zu mir kommen und ich weiß nicht was essen? Meine Mama macht Dürümse. Was? Ladest du mich zu dir nach Hause ein? Ja, voll gerne. Ich hoffe halt, dass du nicht von unserer kleinen Wohnung abgeschreckt wirst. Aber komm rein. Nein, das werde ich schon nicht. Das werden wir sehen. Oh, das ist aber eine süße Wohnung. Also willkommen Ben. Hier, wie du siehst, ist unser Schlafzimmer, schrägstrich Wohnzimmer und schrägstrich Küche. Also wir haben halt so eine Einzimmerwohnung. Voll schön eingerichtet. Aber wo schläft denn deine Mama? Also, naja, mit mir in diesem Bett. Wir haben nur eine Einzimmerwohnung. Wir haben keinen Platz für ein zweites Bett. Nicht jeder kann sich ein teures Haus in einer teuren Gegend leisten. Deswegen wohnen wir halt hier. Aber uns gefällt das. Also ich finde es richtig gemütlich hier. Meine Eltern sind leider nie daheim. Oh Mann, das ist echt schade. Hey, magst du meine Mama dafür kennenlernen? Mama, kann ich dir meinen Schulkollegen Benjamin, also ich nenne ihn Ben, vorstellen? Hallo Summer, ich bin gerade am Essen zubereiten. Warte mal, du hast gesagt, ein Schulkollege ist da? Du hast noch nie einen Schulkollegen mit nach Hause genommen? Oh, schön, sie kennenzulernen. Mein Name ist Ben. Sie haben wirklich ein sehr schönes Zuhause. Mama, kannst du bitte aufhören, den Leuten zu erzählen, dass ich keine Freunde habe und so niemanden jemals zu mir nach Hause eingeladen habe? Das ist mir peinlich. Warum ist dir das peinlich? Du bist eine Einserschülerin. Du hast ein Stipendium bekommen. Sonst würden wir es uns gar nicht leisten, dich überhaupt in diese teure Schule zu schicken. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Du hast ein Stipendium. Du musst ja richtig klug sein. Ach, hör auf, Ben. So was ist mir peinlich. Ich will nicht, dass das Leute wissen, dass ich ein Stipendium habe. Also, so was muss dir doch nicht peinlich sein. Das ist doch voll der tolle Erfolg. Mir ist das nicht peinlich, aber ich will nicht, dass Leute so viel von meinem Privatleben wissen. Ja, meine liebe Sama macht einfach schwer Freunde, weil sie nicht so offen ist mit anderen Menschen. Ich wurde schon oft von Menschen enttäuscht und deswegen fällt mir sowas einfach sehr schwer. Was? Was ist denn passiert? Ach, das ist eine zu lange und zu uninteressante Geschichte. Los, fangen wir an. Mama, wolltest du nicht Kebabse heute zum Essen machen? Oh ja, stimmt. Ich sollte langsam das Essen vorbereiten. Ich hoffe, dir schmeckt Kebabse und Dürümse, Ben. Oh ja, ich liebe Kebabse und Dürümse. Kann ich dir bitte beim Kochen helfen? Warte, Ben. Du hilfst meiner Mutter beim Kochen? Bist du dir nicht zu gut dafür? Ich dachte, so reiche Leute wie du, die haben Diener für alles und machen einfach nichts selber. Sama, kannst du bitte aufhören, so negativ zu sein? Danke, Ben. Du bist ein sehr höflicher junger Mann. Vielen Dank. Hier, du kannst schon mal den Salat waschen und schneiden und ich bereite das Fleisch vor. Ich habe noch nie mit meiner Familie gemeinsam gekocht. Das wird jetzt ein Spaß. Na gut, dann lasse ich euch zweimal das Essen vorbereiten. Ich muss nur ganz schnell aufs Klo. Oh, du machst das sehr gut, Ben, wie du das schneidest. Oh, wirklich? Wie ein Pro. Danke. So, fertig gewaschen und getrocknet. Oh Mann, Ben, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Sama, was ist denn los? Ja, klar helfe ich dir. Es ist etwas Fürchterliches passiert und du musst mir helfen. Komm bitte mit. Denn nur du kannst mir helfen. Gar kein Problem. Zeig mir, wo. Hier, schau dir das an. Was ist denn hier passiert? Jemand hatte wohl eine Explosion. Oh ja, das tut mir leid, Ben. Ich habe nämlich heute zum Mittag wieder ein Dürum gegessen mit extra viel Schaf und da passieren immer solche Explosionen am Klo. Bitte, magst du für mich das Klo entstopfen? Ich habe viel zu schwache Hände. Das wird er sicher nicht machen. Dieser reiche Schnösel hat in seinem ganzen Leben sicher noch nie eine Klobürste angegriffen. Ähm, ja, gar kein Problem. Für dich mache ich alles. Na dann hier die Klobürste. Ran ans Putzen mit dir. Dankeschön. Okay, wo fange ich nur an? Boah, die arme Toilette. Die ist ja extrem dreckig. Warte, jetzt, jetzt. Ah, ich habe ja noch nie eine Toilette geputzt. Aber ich muss zugeben, das macht richtig Spaß. Und noch das letzte bisschen und alles ist sauber. Du hast das ohne mit der Wimpern zu zucken gemacht? Hat dich das etwa nicht gestört, das Klo zu putzen? Natürlich nicht. Ich bin mir für nichts zu gut. Ben, Sommer, das Essen ist fertig. Kommt. Oh, Mama hat gerufen, dass das Essen schon fertig ist. Du kannst schon mal vorgehen, Ben. Ich komme gleich nach. Hm, ich habe schon riesigen Hunger. Also der Ben, der überrascht mich von Tag zu Tag, dass ihm sogar so etwas nicht zu gut ist. Vielleicht ist er gar nicht so ein eingebildeter Schnösel, wie ich die ganze Zeit glaube. Naja. Hm, das riecht aber köstlich. Frau Sommer. Liebe Kinder, das Essen ist fertig. Setzt euch schon mal hin. Ich hoffe, ihr habt euch die Hände gewaschen. Oh nein, aber ich habe ihr nichts Ekelhaftes angefasst. Ja, stimmt. Er hat ja nur das Klo geputzt. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Also hier für dich mal, Ben, ein Kebabse. Und für dich, Sommer, ein Dürüm. Hast du auch deine Special Sauce reingegeben? Oh, ich sehe schon. Lecker. Und du musst mir unbedingt sagen, wie dir meine Special Sauce schmeckt, Ben. Also haut rein. Ich wünsche euch guten Appetit. Warte, ihr habt eine eigene Soße für die Kebabse. Ja, denn Sommer und ich lieben Kebabse. Aber sie sind uns ein bisschen zu trocken und dann habe ich eine eigene Soße kreiert. Oh Mama, das solltest du lieber nicht sagen, denn du musst wissen, Bens Eltern haben die Kebabse und Dürümse erfunden. Eine eigene Soße? Oh, jetzt bin ich neugierig. Das ist ja wohl das Beste, was ich jemals gegessen habe. Ich kann nicht genug davon bekommen. Jetzt merke ich erst, wie trocken unsere Kebabse sind. Echt? Schmeckt dir die Soße so gut? Oh, das freut mich. Wenn du willst, ich kann dir das Rezept geben. Mama, willst du wirklich dein geheimes Familienrezept hergeben? Aber ja, du bist einfach die beste Köchin. Und es wäre unfair, anderen Leuten nicht diese köstliche Soße vorzuenthalten. Ich muss das unbedingt meinen Eltern zeigen. So lecker. Ich kriege einfach nicht genug davon. Mein Kebabse, was war das? Eine Ratte? Oh nein, das ist keine Ratte. Das ist Kitty, Sommers Hase. Er liebt nämlich Kebabse, dieser kleine Frechdachs. Oh, ich liebe Kaninchen. Komm Kitty, Kitty, Kitty zum lieben Onkel. Nein, Ben, sei vorsichtig. Kitty ist sehr gefährlich. Sie hat jemanden sogar schon mal ein Auge aus dem Kopf gefressen. Fass sie nicht an. Oh, du kleiner Racker. Komm her. Kitty lässt zu, dass du ihn streichelst? Ja, natürlich. Ich habe gehört, dass Tiere einen sechsten Sinn haben für nette Menschen. Also normalerweise lässt er nur zu, dass Mama und ich ihn anfassen. Wirklich? Ich glaube, Kitty hatte Hunger. Komm, iss mal ein Kebabse. Oh, Kitty liebt die Kebabse. Ich wollte schon immer mal ein Haustier haben, aber meine Eltern haben es mir verweigert. Darum liebe ich Tiere so sehr. Oh, es ist ja schon so spät. Ich glaube, ich muss gehen. Aber sag mal, darf ich Kitty wieder besuchen kommen? Aber natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast. Also Kitty freut sich sicher, dich wiederzusehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du wieder zu Besuch kommst. Das war echt ein schöner Tag. Vielen Dank. Tschüss. Oh Mann, Ben ist ja unglaublich lieb, aber ich wollte ihm ja eigentlich loswerden. Aber ich muss schon sagen, er ist wirklich, wirklich nett. Also wenn du solche Freunde hast, kannst du sie ständig zu uns einladen. Er ist ja ein bezaubernder junger Mann. So gut erzogen und so höflich. Vielleicht habe ich mich bei ihm getäuscht. Er war wirklich hilfsbereit und hat bei keinen Aufgaben gemeckert. Ist das nicht Bens Auto hier? Was macht das da? Das ist doch so eine arme, billige Gegend. Was macht Ben hier nur? Oh, was ist das für ein Geräusch? Schnell verstecken. Das ist ja Ben. Oh, ich hatte so einen schönen Tag bei der Summer. Ich muss sagen, ich mag sie lieber, wie ich mir selber eingestehen wollte. Aber ich muss jetzt nach Hause. Wuii. Warte, hat Ben gesagt, dass er bei Summer war? Nein, das kann ich nicht glauben. Warum mag Ben diese Summer so? Was hat sie nur? Der muss sich jetzt echt eine Lektion erteilen. Irgendwie muss ich sie dazu bringen, von der Schule zu fliegen. Boah, ich muss immer noch an die Kebapse denken. Das war so ein toller Tag. Ja, extrem. Meine Mama will unbedingt, dass du wieder zum Essen vorbeikommst. Voll gerne. Aber nur, wenn sie diese leckere Kebapse-Soße wieder macht. Hat Ben etwa Summer von zu Hause abgeholt? Boah, Ben kommt lieber mit dieser Brillenschlange in die Schule, wie mit uns? Was fällt ihm ein? Und deshalb hat er mich nicht abgeholt. Alles nur wegen dieser Brillenschlange. Ich musste zur Schule wie ein Tier zu Fuß laufen. Boah, wie erniedrigend. Ist Ben etwa mit Summer zusammen? Sind sie in einer Beziehung? Sogar ich, das Topmodel, habe von Ben eine Abfuhr bekommen. Wie geht das? Komm Summer, lass uns reingehen. Viel zu viel negative Energie hier. Ich kann nicht glauben, dass Ben diese Streberleiche mag. Ich erkenne ihn kaum wieder, seitdem er mit dir abhängt. Wie er uns einfach in den Rücken gefallen ist. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Hey Jungs, ich habe eine geniale Idee, wie wir Summer und Ben auseinanderbringen können. Wollt ihr mir helfen? Was ist das überhaupt für eine Frage? Na klar wollen wir dir da helfen. Ich will ja nicht, dass Ben mit so einer Armen abhängt. Das ist ja peinlich für unsere Gruppe. Ja, ich bin auch dabei. Denn der Summer muss man eine Lektion erteilen. Denn sie sollte nicht mal in dieser Schule sein, weil sie so arm ist. Na dann kommt mit. Ich weiß genau, was zu tun ist. Hier sind wir schon. Und magst du noch die Bücher für die nächste Klasse abholen? Ist das etwa Ben? Mit dem Vierauge? Ben! Er ist doch der reichste Junge an der Schule. Ähm, apropos, hat jemand Kleingeld für mich? Wer ist dieses Mädchen überhaupt? Ich habe sie noch nie in der Schule gesehen. Ach, hier ist das Mathematikbuch. Perfekt, weil wir haben jetzt Deutsch. Dafür brauche ich mein Mathematikbuch. Los, gehen wir in die Klasse. Was war das bitte? Habe ich mir das gerade eingebildet? Ich auch. War das eine Fata Morgana? Ist das etwa Ben gewesen mit einem anderen Mädchen? Oh Mann, ich wünschte, Ben würde mit mir befreundet sein. Ah, zum Glück sind wir noch nicht zu spät. Die Stunde hat nämlich noch nicht begonnen. Ben, hast du gesehen, wie uns die Leute angeschaut haben? Das war mir richtig unangenehm. Starren dich die Leute immer so an? Ich glaube nicht, dass sie mich angestarrt haben, Summer, sondern dich dieses Mal. Was? Nein, das glaube ich nicht. Hör auf. Warum sollten sie mich anschauen? Ich bin doch nur Summer. Naja, normalerweise hänge ich ja nicht mit Mädels ab, aber du bist anders, denn du hast mein Herz gestohlen. Ben, was redest du da? Also ich... Da hat sich ja jemand die Sprache verschlagen. Ja, da hast du mich nämlich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß gar nicht, was ich antworten soll. Kommt schon, Jungs, ich habe alles vorbereitet, um dieser wandenden Klobrille eine Lektion zu erteilen. Das wird ein Heidenspaß. Das hat die wandelnde Pobacke auch verdient, nachdem sie mein Baby so demoliert hat. Ich kann es kaum erwarten, sie leiden zu sehen. Ich habe hier ein paar schöne Unterlagen, die ich in ihren Spinn verstauen werde. Und wenn der Direktor das sieht, wird sie tierischen Ärger bekommen. Und sie wird weinen und wir werden lachen. Der Tag hat perfekt begonnen. Er war einfach der schönste Tag meines Lebens. Aber dank den dreien wird er enden wie der schlimmste Albtraum meines Lebens. Ich muss noch für meinen chinesischen Unterricht das Buch holen. Hä? Was ist das? Was sind das für Zetteln? Wer hat das in meinen Spinn reingegeben? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Was ist das, Samma? Sind das etwa die Testantworten? Was? Das sind Testantworten? Also ich weiß nicht, wie die in meinen Spinn kommen. Du brauchst nicht so frech lügen. Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit die Antworten bei allen Tests gewusst. Und deswegen hast du so gute Noten gehabt und immer Einser geschrieben. Ich kann nicht glauben, dass die beste Schülerin an der Schule geschummelt hat. Wie meint sie das? Das sind Testantworten. Ich habe nicht geschummelt. Ich weiß nicht, wie die in meinen Spinn gekommen sind. Wirklich. Oh mein Gott, das Stipendium. Du hast das nur bekommen, weil du die ganze Zeit geschummelt hast. Samma, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Das hätte ich niemals erwartet. Sie hat also das Stipendium jemandem gestohlen, der das wirklich verdient hätte. Und sie ist nur reingekommen, weil sie geschummelt hat. Das kann ich nicht dulden in meiner Schule. Samma, du kommst jetzt sofort mit mir mit in mein Büro. Was? Nein, das habe ich wirklich nicht gemacht. Sie müssen mir glauben. Ich bin unschuldig. Ich habe die Beweise vor mir, Samma. Also belüge jemand anderes. Jetzt kommst du mit mir mit. Das hätte ich mir von Osama nie gedacht. Wie kann sie nur so etwas tun? Ich kann es auch nicht glauben. Ich hoffe, niemand verbreitet diese Gerüchte in der Schule herum. Ja, das stimmt. Die arme Samma würde mir so leid tun. Samma, du kannst dir nicht vorstellen, wie enttäuscht ich bin. Mit dieser Aktion von dir hast du endgültig deinen Platz in dieser Elite-Schule verloren und kannst Tschüss zu deinem Stipendium sagen. Was? Ich verliere mein Stipendium? Bitte tun Sie mir das nicht an. Ich war das wirklich nicht. Ich kann mir sonst die Schule nicht leisten. Wir haben nicht so viel Geld. Und du verlierst nicht nur dein Stipendium. Deine Eltern müssen sogar zurückzahlen für die letzten zwei Jahre, die du an dieser Schule warst. Und wenn du dieses Jahr noch einen Abschluss haben willst, dann müssen deine Eltern für dieses Jahr auch zahlen. Keine Sorge, ich werde deine Mutter auch darüber informieren. Und jetzt verschwinde aus meinem Büro. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich habe mein Stipendium verloren. Flieg von der Schule. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben noch machen soll. Ich bin so traurig. Wo ist nur Ben? Ich muss mit Ben reden. Vielleicht kann er mir irgendwie helfen. Schau mal, wer da kommt, die Schummlerin. Wieso glaubt mir niemand? Ich war das wirklich nicht. Was ist nur passiert heute? Ist das nicht Ben dort drüben? Was reden Sie? Okay, okay, Ben. Du hast die Wette gewonnen. Boah, wie du sie einfach um den Finger gewickelt hast, Ben. Sie hat dir wirklich aus der Hand gefressen. Gratulation, Ben. Du hast die 200.000 Euro dir wirklich verdient. Was? Das war alles nur eine Wette? Sie haben einfach mit meinen Gefühlen gespielt und einfach eine blöde Wette um ein paar Euro gemacht? Und ich, und ich habe ihnen vertraut. Nein, Jungs, ich habe mich wirklich in sie verliebt. Und ich will nicht mehr bei dieser blöden Wette mitmachen. Bro, willst du mich veräppeln? Nein, Summer ist wirklich ein tolles Mädchen. Boah, dann musst du uns aber das Geld von der Wette geben. Boah, Ben. Seit wann verhaltest du dich wie Summers Hündchen und machst alles, was sie will? Ich dachte, wir sind deine Freunde. Ja, ich zahle es. Sie ist es mir wert. Und ich habe die Wette vom ersten Tag an sowieso bereut. Boah, wie er uns einfach hängen lässt. Verschwinde. Ich muss Summer unbedingt die Wahrheit sagen, bevor sie es von anderen Leuten hört. Was fällt ihm eigentlich ein? Boah, ich bin so froh, dass Summer von der Schule suspendiert worden ist. Wenigstens muss ich ihr Gesicht nicht mehr sehen. Komm, Bro, lass uns gehen. Da bist du ja, Summer. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ist alles okay? Wieso weinst du? Oh, schau mal, das ist Ben. Ach, schaut er nicht gut aus. Ben, bitte beachte mich auch mal. Bitte, Ben, schau mich an. Ich bin dein größter Fan. Ich muss dir was Wichtiges sagen, Summer. Na was, Ben? Was willst du mir sagen? Dass du eine Wette abgeschlossen hast? Davon weiß ich schon. Vielen Dank dafür. Ich wusste, ich hätte dir niemals trauen sollen. Was? Du weißt von der Wette? Wer hat dir davon erzählt? Warte mal, ist das nicht Summer? Summer, die Schummlerin? Ich habe gehört, sie ist von der Schule geflogen, weil sie ihr Stipendium nur bekommen hat, weil sie geschummelt hat. Niemand hat mir davon erzählen müssen. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört, wie du mit deinen Freunden über mich geredet hast und über diese Wette. Nein, Summer. Genau darüber wollte ich ja mit dir reden. Die Wette bedeutet mir nichts. Es war ein Fehler, Summer. Du hattest genug Möglichkeiten, mir die Wahrheit zu sagen und ich musste das so herausfinden an dem Tag, wo ich von der Schule fliege auch noch. Ich will dich nie wieder mehr sehen. Aber Summer, ich habe mich wirklich in dich verliebt. Was fällt der Schummlerin ein, so mit Ben zu sprechen? Wer denkt sie, wer sie ist, die Brillenschlange? Zum Glück kann sie sich diese teure Schule nicht mehr leisten und wir müssen ihre ekelhafte Fresse nicht mehr sehen. Was mache ich jetzt nur? Oh, meine liebe Katze. Ich bin so traurig. Ich dachte, das sei alles nur ein Albtraum und ich bin nicht von der Schule geflogen und habe mein Stipendium verloren. Für etwas, was ich gar nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, wie die Antworten von allen Tests in meinen Spind gekommen ist. Ich würde niemals schummeln und ohne das Stipendium können wir uns die Schule nicht leisten. Oh mein Gott, Summer. Summer, ein Wunder ist geschehen. Wir sind gerettet. Alle deine und unsere Probleme sind gelöst. Du wirst es mir nicht glauben. Ich habe auf meinem Konto eine Million Euro überwiesen bekommen. Was? Eine Million Euro? Von wen? Wie ist das möglich? Das weiß ich nicht, aber das muss ein Engel gewesen sein. Wir können jetzt die Schulden an der Schule zahlen. Du kannst weiter in die Schule gehen und einen Abschluss machen. Oh mein Gott, wirklich? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig sprachlos. Was für ein Glück. Na dann, auf auf. Zieh dich an, sonst kommst du zu spät zur Schule. Du bist offiziell eine Elite-Schülerin geworden. Nicht mehr durch das Stipendium, sondern weil wir reich sind. Du hast recht, Mama. Ich beeile mich. Ich ziehe mich an. Osama? Was macht Osama in der Schule? Wurde die Alte nicht von der Schule geworfen? Oder wer hat die wieder reingelassen? Ach, sie kommt sicher nur noch die letzten Sachen zusammenkratzen, was sie noch in der Schule hat. Also ich kratze nichts zusammen. Ich gehe jetzt zum Unterricht. Was ihr macht, weiß ich nicht. Ah, hier ist mein Chinesisch-Buch. Was? Du gehst noch zum Unterricht? Du wurdest von der Schule geworfen, weil du geschummelt hast. Du hast es nicht verdient, hier zu sein, du Schummlerin. Und du hast ja gar kein Stipendium mehr und du bist sauarm. Wie willst du dir diese Schule überhaupt leisten? Ich weiß, ich habe mein Stipendium verloren. Aber ich kann mir die Schule leisten. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr die einzigen seid, die Geld am Konto haben. Was für ein Geld. Hast du mal geschaut, was du anhast? Hat dir das deine Mutter von der Kleiderspende geholt? Psst, Vorsicht, Leute. Der Direktor kommt. Ah, da seid ihr drei ja schon. Alberta, Joshua und Amino. Ihr drei bekommt jetzt richtigen Ärger. Aber, aber, Herr Direktor, wir haben doch gar nichts gemacht. Was? Ärger? Wir drei? Niemals. Mir wurde gesagt, dass ihr die Schummelblätter in Summers Spind gelegt habt, weil ihr Rotzlöffel wollt, dass sie von der Schule fliegt. Boah, hat der Mundgeruch. Was hast du über meine Mutter gesagt? Du kleiner Rotzlöffel. Aber, Herr Direktor, warum schreien Sie uns so an? Wir haben doch gar nichts gemacht. Sie müssen mir glauben, das ist alles Summers schuld, nur weil sie arm ist und neidisch, dass wir alle reich sind. Bitte rufen Sie nicht unsere Eltern an. Wir waren es wirklich nicht. Zu spät. Eure Eltern wurden schon kontaktiert und sie sind schon auf dem Weg. Sie werden euch die Unterhosen sich in den Pobacken hochziehen. Nein, bitte nicht als Nörgi. Oh nein, das ist ja mein Papa. Was soll ich nun machen? Ah, da sind sie ja schon. Hier sind ihre drei unerzogenen Kinder. Joshua, ich kann nicht glauben, dass du so etwas einem anderen Menschen antust. Das Schlimmste ist auch noch, sie hat eh schon so wenig. Und jetzt gib mir deine Unterhose. Ich ziehe sie dir bis zu den Ohren hoch. Also bitte, doch nicht hier am Gang. Kommen Sie in mein Büro. Dort können Sie ihm die Unterhose bis zu den Ohren hochziehen. Amira, was hast du wieder angestellt? Aber Mama, mein Name ist nicht Amira, sondern Amina. Ist mir doch egal, wie du heißt. Jetzt auf jeden Fall wirst du Ärger bekommen. Komm, lass uns zum Direktor gehen. Alberto, nicht nur, dass du das Auto zu Schrott gefahren hast. Jetzt machst du auch noch sowas. Hör auf zu stottern und komm jetzt mit. Jetzt macht alles Sinn. Die drei waren schuld. Sie wollten mir, dass sie in die Schuhe schieben. Wegen Amina habe ich mein Stipendium verloren. Alberto war wahrscheinlich nur ein Versuch. Auf den lieben Ben. Oh Mann, Ben. Wo ist eigentlich Ben? Steckt er etwa auch dahinter? Hasst er mich etwa so sehr? Hast du Ben gesagt? Seit du suspendiert worden bist von der Schule, ist er auch nicht mehr zur Schule gekommen. Das ist richtig merkwürdig, weil er fehlt sonst nie in der Schule. Ich vermisse ihn. Was? Er fehlt, seitdem ich nicht mehr da bin? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja, eigentlich sollte es mir richtig egal sein, denn er hat ja diese blöde Wette abgeschlossen. Nur weil er diese blöde Wette gewinnen wollte, hat er einfach mit meinen Gefühlsern gespielt. Das, das, nein, es ist mir egal, was mit ihm ist. Hey, ähm, Sama, der Direktor ruft dich. Du solltest sofort kommen. Was? Der Direktor ruft mich? Was will der denn jetzt von mir? Warte mal, hat die mit den rosen Haaren etwa eine riesengroße Wurst? Boah, ich liebe Bill Schokolade. Und ich liebe dein T-Shirt. Wir sind füreinander geschaffen. Herr Direktor, jemand hat mir gesagt, dass sie nach mir gerufen haben. Ja, Sama, ich habe nach dir gerufen, weil du zu Unrecht beschuldigt worden bist von diesen drei Schülern, dass du scheinbar geschummelt hast. Und du bist hier, weil sie sich bei dir entschuldigen wollen, für was sie getan haben. Oh, Sama, ich meine, oh, Sama, bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich, ich, ich war nicht ich selber. Es tut mir leid. Ja, Sama, mir tut es auch sehr leid. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich meine, ich hatte je einen Grund dazu, böse zu sein, nachdem du mein Baby zertrümmert hast. Aber ja, ich sehe ein, was ich falsch gemacht habe und es tut mir leid, Sama. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und komm jetzt her. Zu Hause werden sich deine Unterhosen und deine Ohren verbinden. Anna, es wird langsam Zeit, dass du in ein Internat gehst für ungezogene Mädchen. Jetzt kommst du mit mir mit. Mein Name ist nicht Anna. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir dir dein Geld streichen, dass du mal für dein eigenes Geld arbeiten musst. Und jetzt ab nach Hause mit dir. Und was ist mit Ben? Bekommt er auch eine Strafe, denn er gehört sicher mit den anderen unter einer Decke. Meinst du Benjamin Blümchen? Nein, der hat das sicher nicht gemacht. Aber wenn du Ben, Benjamin, den gutaussehenden Schüler meinst, ja, der hat mir den Tipp gegeben, dass du unschuldig bist und dass die anderen drei Schüler geschummelt haben. Was? Ben steckt nicht unter einer Decke mit den anderen? Er ist unschuldig und er hat ihnen den Tipp gegeben, um mir zu helfen? Das ist... Ja, 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 ja. Wir wissen alle, wie super nett er ist. Und jetzt bitte geh nach Hause, denn ich habe vor, eine Pizzeria zu eröffnen namens Alexanders Pizza. Und natürlich lade ich dich und all deine Freundinnen zu einer Gratis-Pizza ein. Ich meine, zu einer Gratis-Pizza würde ich nie Nein sagen. Aber ja, ich gehe dann mal nach Hause. Vielen Dank für die Einladung. Also Ben, ha, interessant. Also Ben gehört nicht zu denen. Vielleicht war das mit der Wette dann wirklich wahr, dass er... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Soll ich ihm glauben? Aber ich fühle mich immer noch so verraten von ihm. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich bin so verwirrt. Ach, egal. Oh, hallo Mama. Wie geht es dir? Sag mal, weißt du was? Ich habe herausgefunden, wer uns die eine Million Euro zugeschickt hat. Was? Wirklich? Wer war es denn? Es war Ben, seine Familie. Denen hat mein Soßenrezept so gut geschmeckt, dass sie das jetzt überall verkaufen und ich bekomme 10% von jedem Gewinn. Das Geld kommt von Ben, seiner Familie? Das heißt, er muss dahinter stecken. Und nicht nur das. Sie haben mir einen Job angeboten. Als Creatorin für neue Geschmackssorten. Oh mein Gott, wirklich? Das ist ja... Ich kann es nicht glauben. Das ist so cool, Mama. Oh Mann, ich glaube, ich habe Ben wirklich Unrecht getan. Ich glaube, ich bin ihm wirklich wichtig. Ich weiß nicht, was zwischen dir und Ben passiert ist, aber das könnt ihr sicher regeln. Red einfach mit ihm. Ja, vielleicht hast du recht, Mama. Und falls es dich interessiert, ich habe erfahren, dass Ben gerade in der Schule ist. Vielleicht triffst du ihn ja dort. Ben ist also doch heute in die Schule gekommen. Okay, ich werde sofort in die Schule gehen und mit ihm reden. Danke, Mama. Ich werde mich beeilen. Ich habe in der ganzen Schule nach ihm gesucht. Wo ist er? Oh, da ist er ja. Ben, da bist du ja. Wo warst du die ganze Zeit? Sag mal, was machst du denn hier? Und wie hast du mich überhaupt gefunden? Das war nicht schwer. Ich musste einfach diesen Mädchen folgen, die Herzen als Augen haben. Oh Ben, ich wollte mich einfach nur bei dir entschuldigen, dass ich so reagiert habe. Nein, Summer. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen, sondern ich mich bei dir, dass ich überhaupt diese blöde Wette angenommen habe. Es tut mir so leid. Es war nur, ich habe wirklich für dich was empfunden und das war für mich einfach so verletzend, das zu hören. Ich habe mich auch von Tag zu Tag immer mehr in dich verliebt, Summer. Und ich weiß, dass du dem Direktor den Tipp gegeben hast, dass ich unschuldig bin und dass die anderen drei hinter diesen Streich gesteckt haben. Das war das Mindeste, was ich für dich tun hätte können. Wie wäre es, wenn wir einfach von neu beginnen? Oh hallo, mein Name ist Summer, nicht Osama. Schön, dich kennenzulernen. Und wie heißt du? Mein Name ist Benjamin. Meine Freundin nennt mich Ben. Nicht Benjamin Blümchen. Na Ben, hier sind ganz schön viele Mädchen, die dich anhimmeln. Wollen wir ihnen eine Show liefern? Ja, aber was für eine Show? Komm einfach her und gib mir deine Hand. Die werden nicht wissen, wo oben und unten ist. Oh mein Gott, ist das Ben? Sie halten ihr Händchen. Oh mein Gott, Ben hat ja eine Freundin. Das kann ich nicht glauben. Das muss ich unbedingt allen erzählen. Ben, tu mir das nicht an. Ich liebe dich. Ich kann es nicht glauben, dass Ben nach so vielen Jahren endlich eine Freundin hat. Na ja, Alberto und Joshua gibt es hier auch noch. Aber Ben war einfach der Beste von allen. Ich glaube, sie haben genug gestarrt, Ben. Komm, bring mich nach Hause. Und das war es auch schon mit der Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, April, April. Natürlich gibt es für euch noch einen kleinen Zeitsprung. Nachdem wir zusammen die Schule abgeschlossen haben, haben wir eine Firma eröffnet. Oh, ich habe gleich das Meeting mit den Investoren. Ich muss noch schnell Ben das Mittagessen bringen. Oh, Leute, ich bin hier noch am Putzen. Ja, ja, Joshua ist schon ein fleißiger Kloputzer. Okay, weiter zum Meeting. Ich bin gleich bei euch. Willkommen, Herr Reich. Ich hoffe, Sie sind zufrieden bis jetzt. Ich komme sofort und dann stelle ich Ihnen meine Idee vor für eine Elite-Schule für arme Kinder. Ben, Liebling, hier ist das Essen. Isch schnell auf. Das sieht ja köstlich aus, mein Schatz. Komm, beeil dich. Isch schnell auf. Herr Reich ist schon hier. Die Investoren, wir müssen das besprechen wegen der neuen Schule. Oh ja, natürlich. Und ich muss Ihnen noch die Idee vorstellen für das Waisenhaus, was Sie noch planen wollen. Und für das Beste von allen, das Affenzirkus, was wir aufmachen wollten. Oh ja, das war so eine gute Idee. Und wir dürfen den Fußparmesan nicht vergessen. Oh, ich liebe Fußparmesan. Du bist einfach der beste Mann der Welt. Bist du schon nervös, mein Junge? Ja, sehr nervös. Sie ist die Liebe meines Lebens. Oh, da kommt sie schon. Ich kann es nicht glauben, dass wir heiraten vor unseren Freunden und Familien. Willst du Osama Benjamin Blümchen zu deinem Ehemann nehmen? Ja, ich will. Für jetzt und alle Ewigkeit. Und willst du Benjamin Blümchen Osama zur Frau nehmen? Ja, ich will. So ein schönes Ehepaar. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Sophie geheiratet hat. Osama, ich werde dich für immer lieben. Hier, bitte nimm meinen Ehering an. Ich kann es nicht glauben. Der Ehering aus dem Kaugumi-Automaten, den ich mir schon immer gewünscht habe. Komm, gib mir ein Schmatzer. Und jetzt ab in die Flitterwochen. Yo, 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 Chef. Der Helikopter ist schon bereit. Kommen Sie, bitte hier entlang. Oh, danke, Jakob. Ich kann es kaum glauben. Nach so vielen Jahren, endlich ist die Schule und das Weisenhaut eröffnet. Ja, wir müssen uns beeilen. Die Einweihungsparty fängt ja gleich an. So, Ihr Privatjet ist bereit. Ich werde jetzt noch abkoppeln und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Weeeeee. Schatz, magst du heute den Helikopter fliegen? Ich bin noch ein bisschen zu müde von gestern. Ich bin auch müde, aber weißt du was, lassen wir den Kleinen fliegen. Komm, Kleiner, heute darfst du mal fliegen. Nicht ohne Schutzhelm. Gugu. Gugu, Gaga, Mama. Gugu. Und das war es auch schon, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat die Story bis jetzt gefallen und ihr seid zufrieden mit dem Ende? Falls es euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn euch mehr von unseren gemeinsamen Storys gefallen, bitte schreibt das in die Kommentare. Vielleicht können wir das ja öfter machen. Oh, mir ist etwas eingefallen. Ich habe vergessen, meinem Sohn einen Namen zu geben. Oder, Tochter, habt ihr Ideen für Namen? Und natürlich dürfen wir das Wichtigste nicht vergessen, und zwar danke an unseren Superfans. Wie zum Beispiel... Die liebe Vivian. Vielen Dank, Vivian, dass du immer unsere Videos guckst. Und die nächsten Grüße gehen an die liebe Feruna. Sie hat geschrieben, dass sie unsere Videos immer schaut, wenn sie traurig ist. Das freut uns voll, dass wir dich immer aufheitern können. Und der nächste Kommentar kommt von Malu Pitsch. Dankeschön, dass du unsere Videos so gut gefallen und für all deine Kommentare. Wir haben dich lieb. Und auch liebe Grüße an Rahaf. Vielen Dank, dass du uns abonniert hast. Und zu guter Letzt ganz liebe Grüße an Thomas. Dankeschön, dass du immer bei den Premieren dabei bist. Du bist die Beste. Und wenn ihr auch mal in einem Video erwähnt werden wollt, schreibt einfach nette Kommentare. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr im nächsten Video dabei. Und folgt uns auf Instagram und TikTok. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben übrigens auch eine Playlist gemacht, wo all unsere Stories drinnen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Los, Captain, fliegen wir los! Es hat sich wieder ein kleines Tokatost-Symbol im Video versteckt. Wer hat es gefunden? Und natürlich enden all unsere Episoden mit einem Lied. Speziell nur für euch, Toasties. Oh Tokatost, oh Tokatost, wie braun sind deine Toastflecken. Wir schmieren Nutella auf dich drauf, denn mit Nutella ist alles besser.